Einen wunderschönen guten Tag meine lieben WrestleManiacs da draußen zu einem ersten Fazit des ersten Tages von Wrestlemania 38. Wer sich meine Preview einen Tag zuvor angehört hat, der weiß, dass ich vor allem von Tag 1 nicht so begeistert war, also zumindest am Papier. Die Matchcard schien so bis auf das Raw Women's Title Match und ja eigentlich dem Rawlins Cody Match, schien das alles recht unspektakulär und mit großen Fragezeichen und man war halt gefühlt auf Tag 1 verweilend nicht so gehypt wie vielleicht auf Tag 2, zumindest war das so die Allgemeinmeinung, die man so ein bisschen rausgehört hat. Aber die WWE hat mich und viele andere, denke ich, Lügen gestraft, denn dieser erste Tag, das war ein Brett, muss man einfach so sagen. Das war von, ich wollte gerade sagen, von vorne bis hinten stimmt nicht ganz, weil von vorne war es noch nicht so geil, dann erst ab Match 3. Aber das war eine Mania oder das war mal Mania Tag, der durchaus, ich glaube, viele Wrestling-Fans auf seine Kosten kommen ließ und das viele, glaube ich, sehr, sehr glücklich gemacht hat. Das ist hier übrigens so eine, ihr kennt es vielleicht bereits aus den letzten Videos immer mehr, das ist so eine Compact Review, eine ausführliche Berichterstattung. Folgt dann heute ab 18 Uhr auf Twitch. Ich werde übrigens versuchen, die Live-Reactions, die bereits zumindest so mal aufgenommen sind, ich muss sie halt nur noch cutten, versuche ich von Tag 1 die Reactions am Montag hochzuladen und von Tag 2 dann am Dienstag. Das ist zumindest der Versuch, mal schauen, wie ich dazu komme, ich habe 2 Stunden gepennt, ich war dann doch ein bisschen so, ja, ich lebe riskant. Erstmal Mania Live gucken, dann gehofft, dass das Ding um 5 Uhr rum ist, dann war es kurz nach 6 und dann, ja, noch 2,5 Stunden pennen und dann ab auf Arbeit und jetzt wieder zu Hause und jetzt wieder streamen und dann hoffentlich morgen eben cutten für die ersten Live-Reactions. Ich würde zumindest zu Mania endlich wieder mal ein bisschen mehr Content rausballern, vor allem, weil es beim letzten Mal, ja, ich sag mal, gesundheitsbedingt mit Content und Reactions nicht geklappt hat, nur damit ihr da auf dem Zwischenstand seid. Also ausführliche Review, wie gesagt, ab 18 Uhr inklusive Zockereien mit Mario Kart, also Rage ist garantiert und dann eben, wie gesagt, Live-Reactions Watchtogether für Mania. Tag Nummer 2, auch in diesem Sinne nochmal dickes Dankeschön, es waren bis um 6 Uhr morgens fast 140 Live-Zuseher am Start, das war absolut geisteskrank, deswegen an alle, die dabei waren, Kuss geht raus, habt euch dick, dick lieb und dementsprechend, vielleicht seid ihr heute wieder dabei, würde mich sehr, sehr freuen. Kommen wir allerdings nun kurz nochmal zu Mania. Ja, der Opener war einfach unlucky, ich möchte es einfach so betonen, weil ich möchte auch den Opener nicht direkt, ich sag mal, Punkt abziehen für den ersten Mania-Tag, weil es halt einfach Pech war. Der Rick Buchs, der sich halt dann am Knie offensichtlich schwer verletzt hat, als er beide Usos hochnehmen wollte, das Finish wurde offensichtlich, hab man ja gesehen, abgeändert und Nakamura wurde relativ schnell gepinnt. Äh, Match war natürlich das, für viele das schlechteste Match des Abends, ähm, fällt für mich jetzt zumindest nicht negativ ins Gewicht, weil, ist halt scheiße gelaufen, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Joa. Das zweite Match, jetzt kommt auch ein kurzer Rant, das ist somit auch das einzig richtig Negativ an dem Abend gewesen. Äh, Happy Corbin gegen Drew McIntyre. Match war okay, war jetzt kein Rohrkrepierer, war jetzt aber auch kein Match of the Year Contender oder so, es war, war in Ordnung, war okay. Ähm, ich verstehe es jedoch nicht, wenn du, wenn du diese Muchfede ohne High Stakes, ohne Stipulations, ohne vielleicht einen World Title Shot, irgendwas, und dann nimmst du die mittlerweile, glaube ich, sechs Jahre, sechs Jahre lang andauernde Streak von, äh, Baron, schräg schräg, schräg, Happy Corbin her, nämlich seine End-of-Day-Streak, sechs Jahre lang ist aus dem Finisher kein einziger ausgekickt und dann in diesem Random Match kick Drew McIntyre aus, klar, es ist WrestleMania, huhuhu, aber nochmal, die Fehler hatte, weißt du, wenn der, na, wenn der große, ähm, wenn der, wie gesagt, High Stakes wäre, ne, hier steht viel am Spiel, ist es vielleicht ein World Title Match, es ist vielleicht, äh, irgendein noch größerer Gegner, weil Drew McIntyre, sind wir uns mal ehrlich, war in den letzten halben Jahr auch ihr mitkarrt, ähm, ähm, da könnte ich das alles irgendwo nachvollziehen, wenn, wenn du einen besonderen Wrestler oder eine besondere Gelegenheit oder ein großes Titelmatch dafür benutzt, dass diese, ich nenne es mal, Streak gebrochen wird und dann nimmst du es hier. Das, das war so der einzige wirklich große Aufreger an dem Abend, ähm, wo ich mir so gedacht habe, ja toll, der Tag fängt ja gut an und, äh, McIntyre hat natürlich gewonnen, hat dann eben nochmal hier, äh, mit seinem Schwert die Seile zerschnitten. Ähm, warum auch immer, Visuals und so. Joa, ab dann ging's bergauf. Richtig dick, ab dann kam eigentlich kein wirklich schlechtes Match, ja, wobei das Spectrum Women's Zeitmatch war auch so eher im Bereich, okay, bis solide, aber, wie gesagt, nicht schlecht. Ähm, da kommt fast eigentlich mein Highlight schon des, 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 des Tages, also neben, äh, Cody zum Beispiel, Logan Paul, holy shit, ja, ich hasse den Typ mehr wie die Pest, aufgrund wegen der, ne, Pokémon-Karten-Geschichte und, äh, da hast du nicht gesehen, der hat ja nicht unbedingt, äh, 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 die, 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 die besten Leute da in dieser Community zum Vorschein gebracht, als es letztes Jahr und vorletztes Jahr den Hype gab um Pokémon-Karten wieder. Äh, aber du kannst sagen, was du willst, ich hab's auch auf Twitter gepostet, der Typ passt zur WWE wie Arsch auf Eimer. Der kommt hier mit seinem, mit seinem wirklich coolen Gear, kommt er zum Ring, hier mit, 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 äh, mit Sonnenbrille, dann noch mit der, ähm, Illustrator-Pikachu-Karte, eine Karte für die Leute, die es nicht wissen, damit ihr wisst, wie groß der Flex eigentlich war. Die Illustrator-Pikachu-Karte, die er da um, um seinen Hals getragen hat, das war eine PSA 10. Es gibt von diesen Illustrator-Karten genau 39 Stück weltweit, die irgendwann Ende der 90er, glaube ich, für, für, für die, für das erste, für das erste, für die erste WM, glaube ich, rausgegeben wurden, ähm, und er hat die einzige mit der Bestbewertung 10, kurzer Exkurs, und die wurde anscheinend für 5 Millionen Dollar verkauft. Er trägt das einfach mal um den Hals, kann man mal machen, ist halt der Flex. Äh, und, äh, Logan Paul kommt halt mit dem Drip zum Ring und, ja, ja, lässt mal Dominic Mysterio ja komplett alt aussehen. Also, äh, Logan Paul hat sauberer gewirkt als Dominic Mysterio in dem Match. Ist jetzt auch keine Kunst, aber, äh, Logan Paul hat dann gezeigt, hey, er ist athletisch, ne, er, er kann sich bewegen, hat man mehrmals gesehen, hier gab die Tres Amigos, die waren, äh, super ausgeführt, es gab einen schönen Frog Splash, es gab, äh, hier Blockbuster vom, vom, vom Second Rope oder vom Top Rope, äh, also, da kannst du nichts sagen, es gab einen Running Power Slam, äh, alles wirklich schön ausgeführt. Also, er hat quasi Bad Bunny gepullt, ne, wenn man so, wenn man so sagen kann, weil Bad Bunny ist jetzt so der Celebrity Standard und den hat Logan Paul erfüllt, Mad Props an ihn, muss man sagen, egal ob man ihn mag oder nicht. Und, äh, ja, zu meiner Überraschung oder zu Überraschung vieler konnten sich die Heels mit Miss und Logan Paul durchsetzen und das hat mich dann gefreut. Nicht, weil ich was gegen Ray habe, aber Dominic Mysterio ist einfach mit der langweiligste Wrestler im Main Roster gefühlt. Ähm, und dann ist halt Miss gegen Logan geturnt, gibt es jetzt noch einen Fehler weiterführen, das hat mich so ein bisschen verwehrt, weil Miss macht eher den Heel-Move und wird dann gecheert. Klar, es ist gegen Logan Paul, aber dann mach es doch andersrum. Ich weiß nicht, was man sich davon erwartet. Willst du Logan Paul als Face pushen? Mal gucken. Ähm, ja. Äh, Rollway mit Title Match, bockstark. Äh, zweitbestes Match des Abends, in-Ring technisch gesehen. Ähm, kann nicht viel zu sagen, gab alle möglichen Aktionen. Der letzte KOD von Bianca Belair war so krass durchgezogen, der hatte richtig Impact. Äh, hier die Molly Holly Centern von Becky Lynch gab's. Äh, die Springboard-Aktion von Bianca Belair, den 450. Äh, 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 Counterversuche, Roll-Ups von Becky Lynch, na, weil halt Becky immer ihre Matches mit Roll-Up gewonnen hat. Das war schön erzählt, ein paar, paar kleine Stocker gab's. Also nicht alles hat zu 100% sauber ausgesehen, das muss es aber auch nicht immer. Der Rest war fein, äh, war eine tolle Finish-Phase. Crowder zum Schluss voll drin. Und, äh, wir haben übrigens seit dem Becky Lynch, äh, Nena getauft, weil die kam halt dem ultimativen Nena-Look so gefühlt zum Ring. Äh, auch schöne Entrance von Bianca, by the way. Äh, ja, ich spreche das Smackdown-Women's-Title-Match kurz an, war in Ordnung, okay. Ähm, war jetzt keine komplette Katastrophe, aber da war halt sehr viel. Ging's halt mehr um Kraftaktion, um G-Wrestle. Äh, hier, Ronda Rousey hat so ein bisschen versucht, ihren Judo-Background nochmal ins Spiel zu bringen. Es gab viele Submission-Ansätze. Die Schlussphase war dann eigentlich ganz nice, hier mit, 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 mit Armbar und Figure-8-Counter. Das war doch ganz nett. Äh, die letzten 5 Minuten generell waren nicht schlecht. Es hat sich ein bisschen für mich gezogen, wenn ich ehrlich bin. Aber nochmal, es war in Ordnung. Äh, zu überraschung vieler konnte Charlotte Flair den Titel verteidigen. Ja, mal gucken. Rousey, äh, sah jetzt auch nicht wirklich begeistert aus. Und der, generell, der gesamte Ronda-Rousey-Run ist bisher eine Katastrophe, wie ich finde. Äh, also deswegen bin ich gar nicht mal so sauer, dass Charlotte den Titel behalten hat, wenn ich ehrlich bin. Äh, ja, dann noch, kommen wir noch kurz zu Cody gegen Seth. Äh, das Ding war ein Kracher. Bestes Match des Abends, Zweifels ohne. Monster-Pop für Cody Rhodes. Äh, hier, äh, absoluter Weltstar, muss man sagen. Äh, Rollins auch nochmal mit einem coolen Entrance. Cody sowieso hier. Cody durfte alles von der AEW mitnehmen. Theme-Song, Charakter, Gimmick. Äh, äh, alles. Und, äh, schöne Aktionen. Hier, Cody Cutter und die, die, die Crossroads. Und, äh, Rollins natürlich hat auch wieder ein bisschen was aus seinem Moveset ausgepackt, was du vielleicht ein bisschen länger nicht gesehen hast. Es gab auch einen Pedigree-Kickout von, äh, von, äh, Rhodes gegen Rollins. Ähm, ja, viele schöne Dinge. Das Einzige, was ich anmerken möchte, Cody Rhodes sollte nie wieder versuchen, Moonsault zu zeigen. Das ist, ich habe ihn Sidesault getauft, weil Cody Rhodes Moonsault ist mit der hässlichste Moonsault, den es gibt. Bitte lass es einfach, Cody kann andere Sachen sehr, sehr gut, aber den Moonsault sollte bitte bleiben, äh, sollte er bitte bleiben lassen. Das wäre nicht schlecht. Ähm, ja, und dann der Main Event. Da, da werde ich übrigens noch im Twitch-Stream randen, dazu wird die Zeit jetzt hier zu knapp. Aber, ähm, kommen wir jetzt einfach mal selber zum Match. Das war halt einfach nicht zu erwarten, so. Ähm, dass Austin halt wirklich bumpt, bumpt, der, der einen Suplex auf den Beton nimmt in seinem Alter. Der eigentlich noch relativ gut im Saft stand. Klar, ab und zu hast du das Gefühl gehabt, der Beine ist jetzt schon ein bisschen wackelig, aber, ne, seine, seine Knie sind halt schon ein bisschen am Arsch und die sind auch angeschlagen. Ähm, aber matchtechnisch war das absolut okay, war unterhaltsam. Owens hat natürlich alles dafür getan, das Match so gut wie möglich zu verkaufen. Insbesondere mit dem Kyle O'Reilly, äh, Stuhlschlag, äh, Rebound-Gedächtnisspot, äh, der super, äh, war. Ja, und, äh, ja, Stone Cold Steve Austin gegen Kevin Owens im WrestleMania Main Event endet, indem Stone Cold Steve Austin den Stunner gegen Kevin Owens zeigt. Wrestling im Jahr 2022 ist Welt. Das haben wir die letzten zwei Jahre schon gesagt, aber es, das ist einfach der, 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 der Wahnsinn. Und ein feiernder Stone Cold Steve Austin, der dann noch Byron Sexton gestunnt hat. Was für ein Cell, by the way. Mit dem geht die Show of Air und ich habe gestern auf Twitter noch geschrieben, sieben von zehn Punkte. Das war überraschend gut. Ich würde mittlerweile sogar acht von zehn geben. Also ich habe mir da nochmal ein, zwei Matches noch ein zweites Mal angeguckt, äh, weil ich war gestern zum Schluss schon relativ müde und bin jetzt nochmal ein Zehner hochgegangen. Also acht von zehn für Tag eins. Ich hoffe, dass Tag zwei dementsprechend auch so gut wird. Und, äh, dementsprechend, wie gesagt, schaltet gerne ein. 18 Uhr, Twitch.tv, wir gucken wieder gemeinsam. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder so zahlreich am Start seid. Das war's von Tag eins. Review von Tag zwei soll es da wahrscheinlich eh morgen geben. Vielleicht eben mit den Reactions von Tag eins schon mal gucken, wie ich Zeit habe. Äh, und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da und eure Meinung zum ersten Tag von WrestleMania 38. Danke fürs Reinschauen, fürs Anklicken und fürs Feedback. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss geht raus.